Eine Produktprosa, bei der man sich vor Lachen kaum auf dem Stuhl halten kann, ein Name, der bei jedem Gegenspieler für Verwunderung sorgen wird, ein provokantes Belagscover, gleich drei nachvollziehbare Gründe für uns, wieso wir den Schmerz von Sauer und Tröger natürlich direkt in unsere Halle befördern wollten. In unserem Test zeigen wir, wie sich der Langnoppenbelag auf euch und eure Gegenspieler auswirkt. Um es vorwegzunehmen, ein wenig enttäuscht waren wir schon darüber. Dass dem Teil in der auffällig gestalteten Verpackung keine Schmerztabletten beigelegt wurden. So mussten wir die ersten Schmerzen, die wir vor Lachen aufgrund des Lesens der Produktbeschreibung hatten, irgendwie anders loswerden. Aber nun zum Wesentlichen. Das leuchtend rote, leicht transparente Gummi hat einen relativ dicken Noppenboden und wirkt insgesamt sehr robust. Die relativ harten Noppen sind hochgriffig. In unserem Test haben wir den Schmerz mittels Klebefolie auf ein bewährtes Nitago Shake Defense geklebt. Bei den ersten Schlägen am Tisch wirkt der Schmerz unerwartet langsam, gleichzeitig aber auch sehr sicher. Eindrucksvoll sind dabei vor allem die ultrakurzen Stops und Ablagen, die sich mit dem Gummi generieren lassen und den Gegenspieler häufig ins Leere schlagen lassen. Hier scheint sich das dickere Noppengummi dämpfend auf ankommende, schnelle Bälle auszuwirken. Somit sind auch einfache Hinhalteblocks, auch harte Tops wenn es möglich, wenn der Winkel stimmt. Eine gehörige Portion Unterschnitt lässt sich mit dem Schmerz durch Hackblocks generieren. Auch aus der Halbdistanz ist die Schnitterzeugung auf einem relativ hohen Niveau und sorgt damit beim Gegner durchaus für Armschmerzen beim Nachziehen. Für ihn bedeutet dies, nach zwei bis drei Mal hartem Durchrohren landet der Ball fast immer im Netz. Aus der langen Abwehr heraus ist der Unterschnitt nicht mehr ganz so brachial, aber immer noch auf einem hohen Niveau. Unserer Meinung nach ähnlich wie beim Bobbler. Eine gute Figur macht der Schmerz auch im Offensivspiel. Hier reicht die Schlagpalette vom Konter über Schuss bis hin zum leichten Pseudotopspin, der allerdings auch leicht zu lang werden kann. Die Spieleigenschaften erinnern dabei durchaus an die, einer mittellangen oder kurzen Matte. Der Störeffekt ist insgesamt sicherlich nicht ganz so, wie beim D-Tex oder LSD. Chumusflugbahn erzeugt der Schmerz aber durchaus beim Seitengeschäft. Der Schmerz teintert sei Ramschmerz noch einigerigmund stepping über die Szene ordentlich ganz wichtig für mich zu sein. Der 11 von Jets-Mann gab es abHAN-Tex. Der 2, einen Platz È so, wie beim Hohi herrschtipts für mich. Da war dasить wie beim Nemiss. Tahiti gibt es Monsterículos Sieww Zeilen aus, wo der Schmerz wieder einmal GREU'. Untert στην 파랑 ist derm Amen. Heute gibt es Not noch keine Schlagnuss. Nur eine roomslange Wirken bei Klочно, die Stöhnen über allenricur. Hier wieder ein gewachsen soll werden alsges » Uhh, das sind einbeeld ist. Sehr gut. Jetzt kommtsighresseodzi den丸ne Sau farms zum Weg, Musik Kommen wir also zum abschließenden Fazit. Mit dem Schmerz hat Sauer und Tröger einen interessanten Langnoppenbelag wie das Spiel am Tisch und aus der Halbdistanz geschaffen, der vor allem durch seine hohe Kontrolle besticht und dabei in der Lage ist, eine gehörige Portion Unterschnitt zu generieren. Ebenfalls besonders ist unserer Meinung nach der dämpfende Noppenboden, durch den Stoppfälle zum Kinderspielherden sowie die vorhandenen Offensivoptionen. Abstriche muss man auf der anderen Seite lediglich beim Störeffekt machen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.